Eintauchen in heimische Gewässer Eintauchen in eine verborgene Wasserwelt Überraschendes und Unbekanntes gibt es zu entdecken Auch heute noch Fünf Jahre haben wir dem Leben und Treiben der Fische mit der Kamera nachgespürt 200 Stunden unter Wasser Im Sommer wie im Winter, bei Tag und bei Nacht Kalt und starr zeigt sich die Natur jetzt, mitten im Winter Kein Leben scheint sich zu regen Doch unter der Eisdecke mancher Seen Bereiten sich Fische auf das Ereignis vor, das ihren Fortbestand sichert Die Laichzeit Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020